So, die sind auch wieder weg. Soll ich denn nicht da herlaufen und abschlachten? Ich habe übrigens eine Enderperle. Können wir uns nächstes Mal, wenn die kommen da rein teleportieren. Hammer, nicht nötig, Paul. Wieso? War doch witzig. Hier, ich habe dir einen Rucksack gemacht. Ah, bringt ja viel. Habt ihr Wolle? Ja, ist immerhin kein Enderpack, also der nur für dich auch. So, und was hat der gekostet? Wings. Ha. Null. Und Holz. Und Farbenstock. Weißt du, ich warste nicht. So, was brauchen wir noch, Paul? Ich weiß es nicht. Ich habe hier übrigens so eine Waterproof Pocket Crafting. Guck mal, die hat eine Pocket Crafting Table. Ja, der bringt null. Hey, was bringt der? Mach mal rechtsklick. Ja, das ist der Pocket Crafting ist der Buggy. Achso. Ich weiß nicht. Hä, wie dumm ist das denn? Kommt da überhaupt Strom runter? Ich glaube nicht. Weil den Eindruck das nützt gar nichts. Wie dumm ist denn dieser Crafting Table, ey. Der geht ja voll auf den Sack mit seinem Inventar da. Der sich aber was besseres einfallen lassen kann. Warum ist der da jetzt aber überhaupt nicht so gebootet? Kommt da überhaupt was? Was kann man denn da noch reinlegen? Kommt denn da nichts runter? Warte mal. Kann ich da mein Jetpack reinpacken? Guck mal, da kann man sein Jetpack reinpacken. Ja, das lädt dann auch auf, klar. Aber wieso geht da nichts von runter? Vielleicht irgendwie falschrum geplatziert oder so? Da muss ich unten direkt mal gucken, warte. Ich meine, vielleicht sind die Dinger ja falschrum, also die Anschlüsse da. Kann ja sein. Erstmal Jetpack laden wir. Hm. Oh, die Playlisten hören aus. Oh Mann, das ist echt zu wenig Musik. Das ist ja echt blöd. So, wo wird einmal diesen hier? Oh, 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 da vorne ist was gefährliches. Was ist eigentlich mit den Sirenen? Ja, mach mal nächste Folge, oder? Wird die so schwer? Ja, muss ich gleich mal schauen. Schau mal kurz nach. Alarm. Was kosten die einen Howler-Alarm? Jetzt war der Howler-Alarm. Oh ja. Notenblöcke, drei davon. Vielleicht liegt es daran, dass es so wenig Strom ist, dass der Energieverlust zu hoch ist. Da ersetze ich das jetzt mal hier durch das Fieberkabel. Alter, für den Scheiß gibst du Diamanten aus. Da komm, ich hatte noch... ...wei. Aha. Da haben die auch wirklich so wenig Verlust. Ja. Wie viel hast du jetzt davon? Nicht mehr viel. Na? Ja, hoch. Wenn die irgendwas geklaut haben. Weil der Lex schon wieder war. Die Dinger sind ja nicht mal fertig aufgeladen hier. Na, jetzt wird hier genau einer. Oh. Schade. Ja, die sind nicht so schnell. Ja, die brauchen schon ihre Zeit, ja. Aber wahrscheinlich wird jetzt auch die ganze Energie da reingehen und nicht nach unten. Oh, und wieder die sind hier? Ja, jetzt kommt was. Kommt was an, trotz dass da unten geladen wird? Äh, da oben? Ja, jetzt kommt was an. Oh, sehr schön. Ja, die brauchen. Nehmen nur die Helden. Jetzt kommt ein EU pro Tick an. Boah. Die bringen ja echt viel. Boah. Ja. Äh, wir brauchen ja irgendwie 100 von, damit sich das überhaupt ein bisschen lohnt. Hab ja nicht gesagt, dass die gut sind, ne? Was kostet die... Was kostet die nächste Höhre so dazu, ne? Ja, da brauchst du sechs von den... äh, acht von den kleinen für die nächste Höhre. Mehr nicht? Nee. Und was bringt die? 50 EU? 8 EU. Oh mein Gott. Na ja, immerhin spart die Platz. Weil das ja acht hat. Das hätte ja sein können, dass man irgendwie Mengenrabatt bekommt. Ne. Wart noch Platz. Was kostet die da drüber? Acht von denen. So, die kosten alle acht. Ja. Und bringen dann immer so viel. Okay, aber wenn die schon acht davon braucht, dann bringt die ja viel mehr. Aber... Acht mal acht sind... Oh, dann bringt die ja schon 64. Ja. Ich guck mal, ob ich noch einen kraften kann. Okay. ne, 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 ne. Ja, ja. Habe ich noch alles drin an den Schicksal, oh genau. Bei Cole das. Bei Klaas Brauring. Klaas, bei Klaas. Klaas, bei Klaas. Klaas, bei Klaas. Klaas, bei Klaas. Naja. Ich weiß, ich brauch ganz viel. Ja, wo macht gerade... Hast du Waba? Ja, hab ich... Muss ich dann auch masterieren, aber... Oder extrahieren, aber... Ja, in diesem Extraktor tun wir die. Ja, aber dann ist der gleich wieder leer hier. Ja, ist egal. Oh, jetzt macht der hier. Kostet eigentlich ein Elektrolyser. Oh, ich glaube, ich mach uns mal ein Elektrolyser. Was ist das denn? Innen? Oh man, hey, die Dinger sind echt langsamer. Dabei laufen die auch nur bei Tag. Oh, wir haben schon... Achso, ich hab noch ein paar Goldkabel, wa? Ja, brauch ich nicht. Hör mich trotzdem. Wir sind nicht so wichtig. Und dieses unnötige Ding da? Ne, ich würd sagen... Ja, oh, der Strom ist gleich leer. Der Maserata frisst so viel. Ja. 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 Ja, Paul, ich würd sagen, wenn wir das... Zweite Solarpanel hier jetzt... Das dritte Solarpanel haben, beenden wir auch die Aufnahme, oder? Ja. Ja, ich auch dafür. So... Das müssten wir... Und wenn wir acht haben, sofort das nächste machen, oder? Na, da ist schon wieder ein Creeper. Ne, mal ein Creeper-Abwehrsystem. Ja, wir wissen das noch nicht. Ich hab schon überlegt, so ein Feinde-Abwehrsystem, die kommen an und dann kommt da so eine Tesla-Spule und bam, rein. Aber jetzt sind ja die Items mit weg. Ne, lass mal. Keine Tesla-Spulen? Wir können hier ja auszuschalten. So, wo ist denn mein Glas hier? Ach, fuck. Komm, wo wir bootern? Oh, schaut's hier aus? Naja. Können wir ja schon mal anziehen. Ja, das bricht jetzt gar nicht. Ja, wenn... Nacht, stimmt. Ey, da sind die schon super langsam, ne? Und dann bringen die nicht mehr bei Nacht was. Woah! Ach, Creeper, ich jag den mal weg und töte den mal. Boah, das wär mir grad recht. Oh, komm, wir gehen mal kurz pennen. So, der Glas ist übrigens fertig. Ey, du spätst in meinem Bett. Ähm, so. So, jetzt geht's ja auch wieder kräftig weiter. Dreck mal die nicht reinpacken. So, ich würd sagen... Ja, mach mal weiter. Mach mal Pause. Oh, ich würd sagen, wir machen jetzt mal langsam Pause, ne? Jetzt sehen wir ihre Festplatte. Geht ja auch schon zur Runde. Und, jo. Würde ich einfach mal so an Pause, wa? Ja. Gut, dann brech ich die Aufnahme hier jetzt ab. Beende sie, was auch immer. Und würd ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.